Die WM-Führung Das ist mittlerweile schon ein ganz gutes Polster. Wenn man bedenkt, dass er das stärkste Auto im Feld hat, dann ist das auf jeden Fall ein, naja, schwierig einzuholendes Polster. Vielleicht gelingt es ja trotzdem hier in den USA durch ein Wunder. Wir sehen im Hintergrund so ein bisschen die Quali-Runde durchlaufen. Ich muss mal gucken, wie genau ich die einblende. In der KWM sieht man, dass das, was ich angeführt habe, mit McLaren durchaus korrekt ist. Der McLaren ist halt super stark. Die haben insgesamt 523 Punkte, damit schon 48 Punkte Vorsprung. Und das, obwohl wir, als wir jetzt jedes Team super stark gestartet hatten in die Season rein. Aber, ja, jetzt sehen wir, wir haben zum einen ein Upgrade bringen können. Das ist ein Chassis-Upgrade. Zum anderen ist leider ein ultimatives Aero-Upgrade gescheitert. Und dementsprechend haben wir zwar ein bisschen weiterentwickelt, aber McLaren hat ebenfalls weiterentwickelt. Haas stagniert da immer so ein bisschen im Moment, was natürlich McLaren ein bisschen Oberwasser gibt. Vor allem dann halt auch gegen Haas. Und wir gucken auch ganz, ganz kurz auf die Wetterbedingungen. Da sehen wir, es regnet heute bis zur Mitte des Rennens ungefähr. Allerdings starten wir trotzdem auf Snicks. Und das könnte die Sache ordentlich erschweren. Da bin ich mal auf den Rennverlauf gespannt. Aber schauen wir mal ganz, ganz kurz hier auf die Startaufstellung. Ganz vorne haben wir da auf der Pole Position Lewis Hamilton vor Sebastian Vettel. Dahinter auf den Plätzen 3 und 4 Lukas Weber. Ich bin auf Position 4 vor Devin Butler und Lando Norris. George Russell dann vor Romain Grosjean, Sergio Perez und Valtteri Bottas. Pierre Gasly mit Strafversetzung vor Verstappen, Riccardo, Lance Stroll, Alex Albon und Dani Kweat. Kimi Reikunen vor Antonio Giovinazzi. Robert Kubica dann vor Charles Leclerc. Das fällt ein bisschen durcheinandergewürfelt aus dem einfachen Grund, weil es im Qualifying angefangen hatte zu regnen und das sehr, sehr früh. und wenige nur eine Runde hinbekommen haben in trockenen Bedingungen. So gesehen kann man sagen, in der Realität ist genau dasselbe wie im Spiel passiert. Die Teams haben einfach alle ein bisschen zu lang gewartet, bis sie dann endlich einen vernünftigen Quali-Run starten wollen. Und hier, ja, da war Sergio Perez einer der Leitragende. Vielleicht können wir dadurch uns heute wieder die WM-Führung zurückergattern. Schauen wir einfach mal, wie es läuft beim großen Preis der USA. Viel Spaß! Viel Spaß! Wie schnell die alle beim Start waren. 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 Aber hier ist ein Haas langsam. Oh boy. Wie schnell die alle beim Start waren. Wie schnell die Leute, die screenshotten wollen, ob er von Frügel Schaden hat. Es müsste irgendein Wort sein, damit es eine schöne Alliteration ist. Das ist also nicht Schaden, sondern Vettel führt das Rennen an. Okay, Vettel wird zwar auch mit F ausgesprochen, aber... ...Frontflügel-Fledderer oder so. Das wäre eine schöne Alliteration. ...Focus on the Race. Hamilton führt jetzt wieder das Rennen an. Okay. Er hat drei Stops gesagt, weil mir wurden drei Stops empfohlen. Vom Spiel aus. 45,0. Dimientos suchen. Oder bei vier. Beide DC ön. Tschüss. Oh. Oh. Was. Und ganz vorne wurde Hamilton überholt. Was, wer jetzt schneller? Wäre geil, wenn er immer einen Namen dazu sagen würde, der liebe Jeff. Dann wüsste ich es, wo ich es zuordnen kann. Alter, Perez ist dran. Volle Konzentration. Alter, Perez ist dran. Alter, Perez ist dran. Alter, Perez ist dran. Alter, Perez ist dran. Okay, der schnellsten persönlichen Runde hat ich DRS. Das ist eindeutig so, wie sich das Delta gerade verändert hat. Untertitelung des ZDF, 2020. das ist auf jeden fall noch zwei stoppt seine hat schon eingemacht ja sorry ich vor allem in der vorletzten kurve gerne mal innen über den kerb schieße es ist halt aber unfassbar schwierig das auto auf der strecke zu halten man kann es gern kritisieren aber es ist halt hart das auto bricht hier in jeder kurve der s-kurven kombination aus selbst mit viel abtrieb und da wir die aerodynamik hat wirkt in schnellen kurven ist der grip verlust so hoch dass du halt gerne mal quer stehst bitte der ist bitte der ist so 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 mind you don't burn the tires okay 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 224 wir sehen in dieser Runde ob das eine schnellere Runde wird das Ding ist ich habe keine Chance gegen Perez mit einer regulären Strategie ich kann noch so sehr hoffen ich habe keine Chance gegen Norris okay das war eine starke Zeit ich habe auch keine Chance gegen Butler die beiden Fahrzeuge sind deutlich zu stark das heißt ich muss irgendwas probieren was mich vielleicht doch ganz nach hinten werfen könnte was aber für die besseren Plätze unabdingbar ist ich weiß manche Leute mögen eine 1-top-Strategie nicht aber ich muss es versuchen weil sonst komme ich überhaupt nicht mal in Perez ran der war ja schon vorbei und die wird gesagt dass Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 1,367. Wollte mich komplett veräppeln. Was machen die denn da für Zeiten, ey? Ja, das Ding ist, bei der KI und wie die im Regen oder in wechselhaften Bedingungen performt, da hat mir eh der Corny, seines Zeichens AOR Split-1-Fahrer, also nicht so schlecht. Dem Urteil von ihm kann man da durchaus, glaube ich, trauen. Hat er gesagt, dass die KI halt in diesen Bedingungen overpowered ist, weil die halt immer wissen, wann sie bremsen und wieder beschleunigen können. Sagte Dave und fuhr auf Medium PB. Okay, die Strecke scheint jetzt echt deutlich schneller zu werden. Komm schon! A 440-1-Fahrer A 540-31mmh-Fahrer A 540-32mmh-Fahrer A 640-33mmh-Fahrer A 540-33mmh-Fahrer A 640-33mmh-Fahrer Jawohl, genau so will ich es in der Linkskurve auch haben. Und jetzt klappt es auch mal. 1,34,5? Ich will gar nicht mehr so viel langsam als Paris. Jetzt noch raus. Ich habe in der Kurve mal ein bisschen später gebremst. Beim 100-Meter-Schild habe ich ja immer ein bisschen Freilaufen auch. Gut, bei mir war die Strecke auch ein bisschen trockener, aber mal gucken. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hätte jetzt nichts gegen Safety gar. Sind die anderen ihre Reifen kaputtgerutscht im Regen oder was? 1.32, okay, ich glaube, da komme ich nicht ganz mit. 1.32, okay, ich glaube, da komme ich nicht ganz mit. 1.32, okay, ich glaube, da komme ich nicht ganz mit. reifen geben aber ein bisschen nah oder nicht zu heiß ok mit alten softs die zeiten die länder neues mit frischen softs werden die softs kommen gleich ans auto noch mal ich wollte doch nicht die 1 stop ich habe keine ahnung was für zeiten fährt ich habe keine ahnung was für zeiten fährt ich habe keine ahnung was für zeiten fährt für die ganze zeit überlegen ich habe keine ahnung was für zeiten fährt kommt sogar noch vor mir wieder raus ultimate disrespekt wisst ihr was ich hoffe aufs safety car aber ich werde jetzt nicht von mir aus direkt aktiv das wäre glaube ich im moment so ein bisschen schuss ins eigene knie das ding ist halt länder norris und devon butler die sind beide ziemlich flott unterwegs zum einen anderthalb sekunden schneller das ding ist in zehn runden ich meine wenn sie medium reifen haben sie können da glaube ich auch nur etwa anderthalb sekunden pro runde aufholen also viel mehr schneller werden können sie dann wahrscheinlich nicht und dann werden sie mich wahrscheinlich einholen und vielleicht holt mich länder norris wenn ich jetzt aber auch die softs wechsel dann ist es glaube ich unwahrscheinlicher wenn dann das länder dass ich länder norris quasi noch bekomme das ding ist halt ich glaube darin liegt das große dilemma und da muss ich halt das beste verhoffen wenn das safety car kommt und das ist mein größter gedanke gerade dann will ich möglichst frische softs haben zum ende hin dass sie früher ich jetzt zum soft reifen reinkommen würde und falls das safety car kommt desto schwächere reifen hätte ich am ende wenn ich jetzt aber sage hey ich bleibe das runde 25 oder 23 24 draußen dann kommt das safety car dass ich da noch zeit gewinne wenn ich bis runde 25 oder so warte und dann kommt das safety car raus und habe ich komplett frische softs und dann kannst du richtig pushen ja klar ist prs kriege ich so oder so ohne seite gar nicht defekt oder safety car das sind so die zwei einzigen sachen die ich haben könnte mit denen ich ihn bekämpfen oder mit denen man ihn bekämpfen kann jetzt hole ich ja auch noch eine pb das sieht ganz gut aus wenn ich die pw fahren kann dann bin ich happy jetzt mehrfach nur 32er zeit das wärs jetzt mehrfach nur 32er zeit das wärs ja gar nicht so viel langsamer als pf trocknen geht es ja sogar noch gegen sind sie halt einfach stellen abgeholt macht das halt den fehler dass die kai zu langsam ist im regen komplett überkompensiert alter okay das war furchtbar die runde es sieben runden hat leon oris jetzt elementen auch also auch ja Untertitelung. BR 2018 Die Runde sieht wieder viel besser und viel ruhiger aus. Reifen ausgeglichen, abgerieben. Das sind so ein paar Leak Racing Tactics. Ich teste mal aus, ob das funktioniert. Dass man da weiter außen anbremst. So, let's go. Butler kann ich ja mitbekommen. Zum Glück bin ich keine 3-Stop gefahren. Bei McLaren sieht man, dass es keine gute Idee ist. Sergio Perez ist viel besser unterwegs als Lionel Norris mit der Strategie. Das sind ja schon 5 Runden. 6,5 Sekunden. Ich brauche Musik. will ich nicht diseinflicate. ey oder er 6,0 1,5 0,5 ja Ich würde eigentlich noch Lendos Zeit fragen, egal. Ich habe mich da verklickt. Driver behind. Driver behind. Okay, er hat es doch verstanden. 32,3. Er holt eine Sekunde pro Runde auf. Oh Gott. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt bitte nicht am Kurvenscheitel parken. Weißt du, wenn ich da wieder hinten reingefahren wäre, hätte es wieder Leute gegeben, die sagen, ja, lern aus deinen Fehlern. In der Realität kannst du auch nur zurückspulen. Ich finde es ja eh geil, weil ich habe ja just in der Folge, um das mal ganz kurz aufzugreifen in Mexiko, ich habe just in der Folge auch gesagt, dass es in der Realität nie dazu gekommen wäre, weil die Regularien darauf ausgedeckt sind, dass es dazu niemals kommt. Und weil natürlich kein Formel 1 Fahrer beim Überrundetwerden auf der Ideallinie am Kurvenscheitel parkt und einen Brake testet. Aber da gibt es halt Leute, die trotzdem sagen, ja, in der Realität, da kannst du halt nicht zurückspulen. Ja, aber in der Realität passiert alles andere, drumherum auch nicht. Leute! Ich finde, es ist halt schon ein bisschen wichtig, bei so einer Argumentationskette auch irgendwie nicht das sich rauszupicken, was einem gerade in den Kram passt, sondern dass man vielleicht die gesamte Argumentationskette versteht. Ich meine, genauso könntest du ja auch sagen, ja, Wespen, die stechen einen. Das ist halt furchtbar, deswegen sollten wir alle Wespen auf der Welt ausbotten. Gibt halt aber schon einen Grund, warum die unter Atemschutz stehen, wenn man Wespen nicht töten darf. Weil neben diesem Contra gibt es halt viele, viele Pro-Aspekte. Aber dazu müssten manche Leute ja die Scheuklappen runternehmen. Auch das... Und nein, auch in der A.O. würde das eher weniger passieren. Weil wenn jemand so mit Absicht am Kurmenscheitel abbrennt, dann wird es im schlimmsten Fall als absichtliches Kollidieren gewertet und er fliegt aus der Liga. So viel dazu. Und um nochmal das dritte starke Argument da reinzubringen, ich spiele die Karriere nicht, um 100% Realismus reinzubringen. Realität ist auch nicht immer perfekt. Da gibt es aber leider, dass meine Reifen auch nicht mehr so perfekt sind. Und da ist jetzt ein Verzeih hat immer. Und da ist es auch nicht mehr so luziert. Die Karriere nicht mehr so gut ist. Und da ist es eine Auszeichnung. Und da ist es ein Verzeih hat. Und da ist es ein Verzeih ... Das ist ja auch nicht mehr so gut. Und da ist ein Verzeih hat. da gibt es ja immer noch reifenabrieb ich weiß mal wie viel man da einsammelt auf so kurzer strecke auch letzte runde so 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 nein aber konnte ich dann nicht später bremsen ne ich hab's versammelt egal P3 immerhin immerhin mal wieder auf dem Podium boah das war aber auch ein hartes Rennen ey das war ein hartes Rennen alter das war krass ei 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 hui und meine Po-Backen platzen fast ach du Schreck heftig ja heftig muss mich noch an die neue Farbgebung gewöhnen hier von der Dingens-Bomons-Cam von der Webcam hab ein bisschen die Lämpchen umgestellt oh Gott das ist jetzt kann ich den Dave Lonzo machen oh Gott oh Gott oh Gott Alter ja wenn's euch gefällt haut den Daumen nach oben raus mittlerweile schwankt der komplett oder kommt's mir nur so so vor keine Ahnung hui bin fertig Regen mit Snickreifen das ist geil nicht Dach machen ja krasses Ding ach man ey verbremst leider 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 ey wobei ich so oder so sagen muss es ist halt super schwierig ob ich denn nochmal an Perez rankomme weil es sind mittlerweile 23 Punkte selbst wenn er mal ausfällt ich den Sieg hole da geh ich mit zwei Punkten Vorsprung nach Abu Dhabi und ach das wird schwierig ey ja also man hat's gesehen vor allem im trockenen da konnten wir ganz gut mitgehen das Tempo im Regen hast du keine Chance aber jetzt mal was anderes als Referenz ne Lewis Hamilton weil der hatte 2-3 DDNFs aber sonst ist das keine Ahnung heute hat er wahrscheinlich irgendein Problem gehabt oder so aber die 1 Stop die hat glaube ich ganz gut geholfen also damit bin ich glaube ich näher herangekommen keine Ahnung ey das ist es ist zu krass vielleicht hätte die 2 Stop ein bisschen geholfen aber ich muss es versuchen aber Lennon Norris ist so gesehen da sind 2 Boxen Stops zu uns raus gefahren das kannst du keinem erklären ey das ist der McLaren ey ich werde das Auto mal testen nach dieser Season ich werde den testen um mal zu sehen was das Auto überhaupt keine Ahnung hat er alle Vergünstigungen ja krass 500 Punkte Mercedes 566 bei McLaren ja das ist schon krank ja aber das Ding ist immerhin P2 auch wenn das halt natürlich der erste Verliererplatz ist immerhin P2 können wir glaube ich ganz gut absichern 32 Punkte Vorsprung das heißt ich muss auch 18 Punkte holen oder 9 ja ne kann ja 2 Siege mit 2 Schnellsten holen egal wie auch immer kann 52 Punkte holen ich brauche 20 2 mal 5 da schaffe ich so ansonsten ihr Lieben wenn es euch gefallen hat wie gesagt haut gern Daumen nach oben raus lasst gern Like da lasst gern Abo da wenn ihr neu auf dem Kanal seid und verpasst das AOR Rennen heute Abend nicht bin jetzt platt da ist meine Flasche Wasser und die wird jetzt getrunken haut rein bis jetzt bis jetzt wird bis jetzt kann über auf den